Willkommen zu dieser Präsentation heute und heute werden wir uns anschauen, wie das heidnische Rom als König gekrönt wurde. In Daniel 11, Vers 6, lesen wir über den ursprünglichen König des Nordens. Und wie wir in unserer vorherigen Präsentation gesehen haben, war der König des Nordens, Antiochus Theus II, welcher der dritte König von Syrien gewesen ist. Und er war der Enkelsohn von Seleucus I Nikator. Now, the Seleucid Empire, which means the whole empire founded by Seleucus I Nikator, retained its prophetic title of the King of the North until the year 168 BC. Und das Königreich von Seleucus I Nikator, also das, how did you call that empire? The Seleucid Empire? Ja, also das, I think I can't translate it in German. Ja, das Seleukische Imperium behielt den Namen oder behielt den Titel König des Nordens bis zum Jahre 168 vor Christus. And this history took place, the history of 168 BC took place in Daniel 11, verse 16. Und diese spezielle Geschichte fand statt im Buch Daniel in Kapitel 11, verse 16. Now, as we read Daniel chapter 11, we come to verse 14. Und jetzt werden wir Daniel 11 lesen und wir werden, we will read verse 14, wir werden uns den Vers 14 anschauen. Und es sagt in Daniel 11, verse 14, Und in those times there shall many stand up against the King of the South. Also the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. Auch werden zu jener Zeit viele wieder den südlichen König aufstehen und gewalttätige Leute aus deinem Volk werden sich erheben, um die Weissagungen zu erfüllen, aber sie werden fallen. Ja, man muss dazu sagen, die deutsche Übersetzung ist nicht sonderlich gut. I just said that the German translation is not as good as the King James translation. Okay. So, this word many in verse 14, this refers to basically Macedonia and the Macedonian people that were standing up against the King of the South. Und das Wort viele im ersten Teil des Verses 14 bezieht sich auf die Makedonier, die gegen das Ptolemäische Königreich gekommen sind. Also die haben Krieg geführt mit dem König des Südens. Now this term here, the robbers of five people, this is a new character that's brought into the play of events in Daniel 11. Ja, also die Bezeichnung hier, Gewalttätige deines Volkes, im Englischen heißt das the robbers of five people, ist jetzt eine neue Macht, die jetzt im Buch Daniel aufkommt zu dieser Zeit. Und, ja, die Gewalttätigen deines Volkes, oder die Räuber deines Volkes, stellt das heidnische Rom dar. Ja, und im Buch Daniel spricht der Engel Gabriel zu Daniel. Und die gesamte Prophezeiung in Daniel 11 bezieht sich auf das Volk Israel, weil Israel ja das Volk Daniels gewesen ist. Ja, und die Terminologie oder der Name Räuber deines Volkes bezieht sich jetzt auf Israel, weil diese Macht, das heidnische Rom, das antike Israel in einer gewissen Form beraubte. Und in der Zeit von Christus, als Beispiel, waren die Juden nicht sehr erfreut über die Umstände, wie die Römer über sie regierten. Now, in 168 BC, there was a very important battle that took place. Und im Jahre 168 vor Christus, dort fand eine sehr wichtige Schlacht statt. This battle was called the Battle of Pytna, and it was a turning point in the history of Greece. This battle began a series of further battles between Rome and Greece, which finally culminated in the Battle of Axiom, where Rome finally conquered Greece in 31 BC. Ja, und diese Schlacht hier im Jahre 168 vor Christus war sozusagen, brachte den Stein ins Rollen, dass jetzt mehrere Schlachten nach und nach folgten, die dann letztendlich in einer gewaltigen Schlacht endeten, und zwar in der Schlacht um Actium im Jahre 31 vor Christus. So, I want to propose to you that it's at this particular battle that Peter and Rome steals the crown from Greece. Ja, und they steal the crown from Greece. Okay, ich würde vorschlagen, dass das heidnische Rom in this particular battle here, in the Battle of Actium? No, in the Battle of Pitna. Okay, also in der Schlacht um Pitna hat das heidnische Rom sozusagen die Krone der Griechen geraubt. Ja, und am 22. Juni im Jahre 168 vor Christus in dieser benannten Schlacht hier wurde jetzt prophetisch gesehen das heidnische Rom zum König des Nordens, und diese Geschichte spielt sich ab in Daniel 11, Vers 16. Now, in Daniel 11, Vers 16, we have a term here, the glorious land. Und in Daniel 11, Vers 16, haben wir, wird der Name, oder wird das, ja, wird die Terminologie, das herrliche Land, oder das, ja, das herrliche Land benutzt. The last phrase in Vers 16 says, he shall stand in the glorious land, which by his hand shall be consumed. Und im letzten Teil des Verses, in Vers 16, wird, oder steht, er wird seinen Stand nehmen im Lande der Zierde, und Vertilgung wird, oh, Moment, das ist die falsche Versetzung, das ist die Elberfelderversetzung, Entschuldigung. Und er wird Stellung nehmen im lieblichen Land, das wird verheert durch seine Hand. Now, it can be shown, that the glorious land is basically the promised land, that God promised to give to his people. Ja, und man kann anhand der Bibel aufzeigen, dass das herrliche Land, das verhießende Land von Gott für sein Volk gewesen ist, das er ihnen gegeben hat. Und wenn wir einmal zu Hesekiel 20, Vers 15 gehen, we'll see something that God says about the promised land that he promised to give his people. Are you going to translate that? Oh, excuse me. We see something that God promised, a description of the promised land. Ja, also, und in dem Vers hier werden wir jetzt eine Beschreibung dieses herrlichen Landes finden. Sorry, I was, I was tolle liegen. Ezekiel 20, 15, says, Yet also I lifted up my hands unto them in the wilderness, that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands. Doch schwur ich ihnen auch in der Wüste, dass ich sie nicht in das Land führen wolle, welches ich ihnen bestimmt hatte, das von Milch und Honig fließt und eine Zirde von allen Ländern ist. Und hier bezieht Gott sich, oder Hesekiel bezieht sich auf die Geschichte, die auch in 3. Mose, 4. Mose, Kapitel 13 und 14 erwähnt wird. Und in Numbers 13 und 14, it's the story of how 12 Spies were sent out into the land of Canaan to spy out the land and see if it's good or not. And 10 Spies brought back a bad report, 2 Spies brought back a good report, and the whole camp of Israel believed the bad reports and rebelled and said, Wir wollen nicht nach den Promised Land gehen, es ist ein schreckliches Land, wir wollen zurück in Ägypten gehen. Und zehn haben gesagt, wir können nicht in dieses Land hineingehen, die Riesen sind zu stark und wir sind nicht in der Lage, das einzunehmen. Und die gesamte Versammlung des Volkes hat dann diesen zehn Spionen geglaubt und sie sind dadurch nicht in das herrliche Land eingegangen. because God purposely decided everybody that over the age of twenty who was rebellious, because twenty is the age of accountability, twenty is when you become an adult in Bible terms, and anybody that was over the age of twenty who was rebellious would have to die in the wilderness. Gott würde ihnen nicht zu sehen, dass sie ihre Erinnerung ist, wegen ihrer Überlegung zu sehen. Ich glaube, es sind 12 Jahre. Es ist egal. Jeder ist unter 20 Jahren. Eben weil sie rebelliert haben, sie 40 Jahre lang in die Wüste zu schicken. Was war die... Just repeat the... They were wandering for 40 years in the wilderness because of their rebellion. Ja, wegen der Rebellion sind sie dann 40 Jahre lang durch die Wüste marschiert. Now, Ezekiel is referencing his history in Chapter 20 and we just found a description of a glorious land... Sorry, a description of a promised land in Verse 15 where he says that this land was the land flowing with milk and honey, which is the glory of all lands. Ja, und in Ezekiel 15 sehen wir eben, dass Gott eine Beschreibung dieser Geschichte gibt und er beschreibt dort dieses Land, dieses herrliche Land, das von Milch und Honig fließt. Is this next verse... Is this fancy verse 15? Yeah, I said verse 15. Anyway, so the glorious land is basically the promised land that God gave to his people. So this term in Daniel 11, 16, the glorious land, this refers to Israel. Yeah, also, dieses herrliche Land, das wir gerade in Ezekiel gesehen haben, ist auch das herrliche Land in Daniel 11, 16. Und es bezieht sich im Endeffekt auf das herrliche Land, das dem Volk Gottes gegeben wurde und es bezieht sich auf Israel. So where it says in verse 16, he shall stand in the glorious land, which by his hand shall be consumed, it is now saying that he, which is the king of the north, shall stand in Israel and the whole land of Israel shall be consumed by the hand of the king of the north. Ja, also in Vers 16, in Daniel 11, sehen wir, dass dieser König des Nordens in dem herrlichen Land stehen wird und durch ihn soll jetzt das herrliche Land verzehrt werden. Oder ja, es beschreibt eben, wie Rom das herrliche Land eingenommen hat. Ja, und wie wir in Vers 14 schon gesehen haben, ist das heidnische Rom, ja, sind diese Räuber des Volkes von Daniel, ja, die Israeliten. Und in Vers 16 sehen wir, dass dieselbe Macht jetzt in diesem herrlichen Land steht und dieses Land verzehrt. Und wie wir eben erwähnt haben, im Jahre 168 vor Christus fand diese Schlacht um Pitna statt. Und das ist Daniel 11, Vers 16. Und in Daniel 11, Vers 23, in order to compromise with Rome, the Jews made a league with Rome in 162 oder 161 B.C., which were later reaffirmed in 158 B.C. Ja, und in Daniel 11, Vers 23, haben die Juden jetzt ein Bund, sind ein Bund mit Rom eingegangen, zuerst im Jahre 162 oder 161 vor Christus. Und dieser Bund wurde dann später erneuert im Jahre 158 vor Christus. Also, ich weiß es jetzt wahrscheinlich ein bisschen eng hier, aber auf dieser Karte hier, die 1843er Karte. Und Ellen White bestätigt, dass diese Karte inspiriert von Gott gewesen ist. Sie hat gesagt, dass alle Daten auf dieser Karte von Gott gegeben wurden. Und hier sehen wir das Datum 158 vor Christus, was wir dort auf dem Board haben, bestätigt. Ja, und das bezieht sich genau auf diese Geschichte hier, wo die Juden oder das Volk Israel einen Bund mit den Römern eingegangen ist. Und das ist die Geschichte, die in Daniel 11, Vers 23 erwähnt wird. Daniel 11, Vers 23 ist etwas, das in Retrospekt oder etwas, das mit Hinweis, weil die vorherigen Versen, wie Vers 19-22, die in Daniel 11, Vers 23 erwähnt wird. Ja, und Daniel 11, Vers 23 ist so ein bisschen aus dem Kontext gegriffen. Weil Vers 23 findet eigentlich vor den Versen 20, 21 und 22 statt. Also die Bibel macht da sozusagen einen kleinen Sprung. Ja, also wie bereits erwähnt, wenn es hier heißt, denn trotzdem er sich mit ihm verbündet hat, das bezieht sich auf eine Geschichte, die vor den Versen 19-22 stattgefunden hat. In Vers 22, you'll find Jesus Christ mentioned in the prophecy. 24? Verse 22. Oh, 22, sorry. Ja, in Vers 22 wird Jesus Christus erwähnt. It talks about the Prince of the Covenant, and this is referring to Jesus Christ. Ja, und hier wird der Fürst des Bundes genannt, und das spricht über Jesus Christus. So, I'm now going to quickly go through the four leaders of Rome. One was a consul, one was a dictator, and the second two were the first and second emperors of pagan Rome, which leads us down to the time of Christ, when he was killed in AD 31. Ja, und jetzt möchte ich einmal ganz kurz auf die Geschichte von dem heidlischen Rom eingehen und über diese vier Anführer. Ich sage Anführer, weil der erste war ein Konsul, der zweite war ein Diktator, und der dritte und der vierte waren die eigentlichen Imperatoren dieses Weltreichs. So, in 52 BC, we found a consul of the Roman Republic. Er war auch ein Konsul in 70 BC. Sein Name war Gnaeus Pompeius Magnus, und in Englisch we called him Pompei, oder Pompei the Great. Ja, und der erste dieser Anführer hier ist Pompei, und wir haben hier das Datum 52 vor Christus. What was with 70, Eddie? He was like a consul in 70 BC, then he was sort of reaffirmed, and he came into a particular stage of office in 72 BC. Okay, also seine Karriere begann im Jahre 70 vor Christus, und er ist dann im Jahre 52 vor Christus aufgestiegen, sozusagen im Rang aufgestiegen, und sein Name ist auch Gnaeus Pompeius Magnus, oder wie er im Geläufiger genannt wird, Pompei der Große. Und im Jahre 44 vor Christus haben wir dann den ersten Diktator des Römischen Reichs, Julius Caesar. 49 BC, begann im Diktator, und er war in 44. Sorry. Okay, okay, ja, kleine Korrektur, im Jahre 49 vor Christus fing er an zu regieren, und er regierte bis zum Jahre 44 vor Christus, wo er dann starb. Und ein paar Jahre später, im Jahre 27 vor Christus, haben wir dann den ersten Imperator oder Kaiser des Römischen Imperiums, und sein Name war Augustus Caesar. Now, Augustus Caesar was not only the first Emperor of the Roman Empire, he was also officially the founder of the Roman Empire. Ja, und er war nicht nur der erste Imperator, sondern er war auch der Gründer des Römischen Imperiums. Now, this man is mentioned in Daniel chapter 11, verse 20. Ja, und dieser Kaiser hier wird genannt in Daniel 11, verse 20. Es sagt, Then shall stand up in his estate a razor of taxes in the glory of the kingdom, but within a few days he shall be destroyed, neither in anger nor in battle. Wir lesen über ihn jetzt im Vers 20. Und an seiner Stadt wird einer auftreten, der einen Erpresser durch die Zierde des Reiches ziehen lässt. Aber nach einigen Tagen wird er umgebracht werden, und zwar weder durch Zorn noch im Krieg. Ja, auch hier ist die deutsche Übersetzung leider nicht sehr gut. Im Englischen heißt es the razor of taxes, also jemand, der die Steuern eintreibt. So, this razor of taxes, we can read in Luke 2, verse 1, who was the one that raised taxes? We turn to Luke 2, verse 1. Ja, und wir lesen über denselben Mann auch in Lukas, Kapitel 2, Vers 1. In Luke 2, verse 1, it says, And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. Ja, und hier steht im Deutschen, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass alle Welt sich sollte schätzen lassen. Ja, und dort in Englisch does it say numbered, right? It says, there went out the decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. Ja, also, dass die gesamte Welt das Steuern eingetrieben werden sollten aus der ganzen Welt, der damaligen Bekannten. So, throughout the whole Empire, everybody has to give taxes to Augustus Caesar in Luke 2, verse 1. And this is exactly the same as Daniel 11, verse 20, a razor of taxes. Ja, also, in Lukas 2, verse 1 sehen wir, dass das ganze damalige römische Imperium, was die westliche Welt mit einschließt, sollten jetzt Steuern eingetrieben werden und Augustus Caesar gegeben werden. Und das, was wir in Lukas 2, verse 1 lesen, ist dieselbe Geschichte wie in Daniel 11, verse 20. So, then the next verse in Daniel 11, which is verse 21, this is now when Augustus Caesar dies and we have the next Caesar, Tiberius. Ja, und im nächsten Vers, in Daniel 11, in Vers 21, haben wir jetzt, sehen wir jetzt, wie Augustus Caesar stirbt und der nächste Imperator auf die Bühne tritt, Tiberius Caesar. It says in Daniel 11, verse 21, and in his estate shall stand up a vile person. An seiner Stadt wird ein verachteter aufkommen. Und this term a vile person, a marginal reference, also says wicked. Wicked. He was a wicked person, says the Bible. And this vile person in Daniel 11, verse 21, was Tiberius Caesar, who was the second emperor of pagan Rome, who first began co-ruling with Augustus in AD 12, but then he began ruling on his own in AD 14. Ja, und dieser Kaiser, der hier genannt wird, Tiberius Caesar, die Bibel gibt auch eine Randnotiz über diesen Namen und im Englischen steht, he is a vile person und das wird übersetzt als bös, boshaft, also er war ein boshafter Mensch. Und zuerst begann er gemeinsam mit Augustus Caesar zu regieren im Jahre 12 nach Christus, aber als Augustus Caesar dann starb, nahm er dann die Alleinherrschaft an sich. Now, if you can quickly go to Luke chapter 3, verse 1. Und wenn wir einmal zu Lukas 3, Vers 1 gehen. Which I've written on the board here. You'll find here mentions Tiberius Caesar. It says that it was the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. And Luke chapter 3 is that time in the story of Christ, where Christ gets baptized. Ja, und in Lukas 3, Vers 1 sehen wir, hier steht im 15. Jahre aber der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war und Herodes vierfüßt von Galiläa, sein Bruder Philippus aber vierfüßt der Landschaft Iturea und Trachonitis und Lysanias vierfüßt von Abilene. Also, es ist das 15. Jahr von Kaiser Tiberius und wir sehen ja hier, dass das schon 12 nach Christus ist, also das wäre dann, das würde uns in die Zeit bringen, wo Jesus Christus getauft wurde. Und das sehen wir auch hier in Lukas 3. So, if we have, let me just quickly do some mathematics for you, Luke 3, verse 1, it was the 15th year of his reign, so I put the 15th year of Tiberius. Ja, und wir werden jetzt mal uns kurz ein bisschen Mathe machen, also wir sehen hier in Lukas 3, verse 1, dass das 15th Jahr von Tiberius gewesen ist. Now, if he began to reign by himself in AD 12, here, AD 12, and then we were going to add 15 years onto that, that means that Christ was baptized in AD 27. Ja, und da er ja im Jahre 12 nach Christus seine Alleinherrschaft antrat und wir jetzt 12, also wenn wir jetzt von 12 nach Christus 15 Jahre drauf rechnen, bringt uns das ins Jahre 27 nach Christus und wir wissen, dass er, oder dass Christus dort in diesem Jahr getauft wurde. Ja, so, Luke 3, verse 1, that says it was the 15th year of Tiberius. Ja, Lukas 3, verse 1, dort haben wir diese Information hier, dass das 15th Jahr von Tiberius gewesen ist. And this was 27 AD. Welches das Jahr 27 nach Christus ist. And this was when Jesus was 30 years old. Und Jesus war zu der Zeit 30 Jahre alt. Which you can find in Luke 3, verse 23. Was man in Lukas 3, verse 23 nachlesen kann. Christ was 30 years old. Ja. So, it was, it was during the reign of Tiberius Caesar, who's mentioned in Luke 3, verse 1, where Jesus was actually crucified on the cross. Und es war während seiner Herrschaft, also während der Herrschaft von Tiberius Caesar, dass Christus gekreuzigt wurde. Now we can read this in Daniel chapter 11, verse 22. Und das können wir lesen in Daniel 11, verse 22. Daniel 11, verse 22. It says, And with the arms of a flood shall they be overflown from before him and shall be broken, yea, also the prince of the covenant. Ja, und hier in Vers 22 lesen wir in Deutschen. Und die Streitkräfte, die wie eine Flut daherfahren, werden vor ihm weggeschwemmt und zerbrochen werden. Dazu auch der Fürst des Bundes. So here we have a mentioning of something being broken. And something else, or someone who is also broken in this same time period, is the prince of the covenant. Ja, und wir sehen hier in diesem Vers, hier werden sozusagen zwei Personen oder zwei, wie sagt man, Entitäten beschrieben, die jetzt zerbrochen werden oder zerstört werden und darunter auch der Fürst des Bundes. Und dieser Fürst des Bundes war Jesus Christus und er wurde gekreuzigt für unsere Sünden im Jahre 31 nach Christus. So, you can see on the 1843 chart, that Christ's crucifixion in the prophetic narrative comes after the Jews make this league with the Romans in 158 BC. Ja, und man kann das hier auch auf der Karte sehen, dass die Kreuzigung nach dem Bund mit den Juden stattfand im Jahre 158. vor Christus. And this is also on the 1850 chart here as well. Can you see that? Und dasselbe finden wir auch auf der 1850er Karte. You're looking for 158 or for 31? Just step across is here, right underneath the time when we make the league. Also hier sehen wir das auch, dass 158 vor Christus war, ist die, der Bund mit den Römern und 31 nach Christus war das Kreuz. Okay. Okay, that's my time to hold around. You need that sponge? Okay. So, I wanted to also give you some more information on pagan Rome so we can give some more information about the battles they had and the conquests they had. So we present in a chronological sequence and we're just going to quickly go to Daniel chapter 8. Ja, und ich möchte euch noch eine kleine Übersicht über das heidnische Rom geben, über ihre Feldzüge, über ihre Eroberung, über die Kriege, die sie geführt haben. Also es wird eine chronologische, ja, der Geschichtsverlauf sein. Und wir lesen darüber in Daniel 8. Which verse? Well, two presentations ago, we were studying Daniel chapter 8, verse 8. Ja, und zwei Präsentationen. Vorher haben wir Daniel 8, Vers 8 uns angeschaut, unter anderem. Ja, und in Daniel 8, Vers 8 haben wir gesehen, wie das griechische Imperium sich in vier Teile aufgespaltet hat. You can watch that presentation for that information. Ja, und ihr könnt euch diese Präsentation anschauen, wenn ihr diese Information haben wollt. Und just to remind you of what verse 8 says, it says, Therefore, the he-goat, which is Greece, waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, which is referring to the death of Alexander the Great, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven, which is four horns coming up in place of the great horn, Alexander the Great, and those four horns being Lysimachus, Cassander, Ptolemy, and Seleucus, and they were going towards the four winds of heaven, which we said in the last presentation are the four directions of the compass. You want to text me really hard, right? Okay, in Daniel 8, Vers 8, nur zur Erinnerung, sehen wir diesen Ziegenbock, der dieses große Horn zwischen seinen Augen hat, und dieses Horn war zerbrochen, und in Vers 21 haben wir gesehen, dass es der erste König gewesen ist, welcher Alexander der Große war, und sein Königreich wurde in die vier Himmelsrichtungen zerstreut, welches den vier Generälen gegeben wurde, Cassander, Lysimachus, Seleucus, und Ptolemy. So, before it came up four notable ones toward the four winds of heaven, then when we read verse 9, here is where Protestantism has a false understanding of verse 9. Ja, und wenn wir, also, wenn wir jetzt lesen, in Vers 9, haben wir dieses kleine Horn, und die Protestanten heutzutage, die haben ein falsches Verständnis dieses Verses. Yes, so in Vers 9 it says, and out of one of them came forth a little horn. Und dort lesen wir, und aus einem derselben wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. So, this little horn, the debates between Adventism and Protestantism is who the little horn is. Ja, und hier sehen wir dieses kleine Horn, und da gibt es eine Kontroverse, oder eine Debatte zwischen den Protestanten und den Siebentags-Adventisten, wer jetzt dieses kleine Horn ist. So, Protestants would have you believe that this little horn was somebody called Antiochus Epiphanes, who also belongs to the Greek dynasty. Ja, und Protestanten würden dir erzählen, dass dieses kleine Horn sich auf Antiochus Epiphanes bezieht, Antiochus Epiphanes, ja, welcher auch ein Teil, oder auch einer des griechischen Imperiums gewesen ist. Und the reason for why they believe this is because this phrase, out of one of them, they have taken to mean, were out of one of the four horns. Ja, und der Grund, warum sie das sagen, ist, dass sie jetzt diesen Teil des Verses nehmen und sagen, aus einer von ihnen soll dieses kleine Horn aufsteigen. Und sie beziehen das auf einer oder eines der vier Hörner. So, Nate Verse 8, Nate Verse 8, we've got the great horn, which we're saying is Alexander the great. And then in place of Alexander, we've got four little horns, which are his four generals, and they get scattered towards the four winds of heaven, which, as we showed in the last presentation, represent the directions of the compass. Ja, und in Daniel 8, Vers 8, haben wir ja gesehen, das große Horn, Alexander der Große, wurde in diese vier kleineren Hörner aufgespaltet. Und wir haben das in der vorherigen Präsentation gesehen, dass das die vier Himmelsrichtungen des Kompasses darstellt. Westen, Osten, Süden und Norden. So, what Protestantism wants you to believe is that out of one of them means out of one of these four horns, which means that this little horn must be somehow descended from the Greek side. But what we want you to believe is that out of one of them refers to the four directions of the compass, meaning the four winds. Ja, und was Protestanten sagen werden, oder was sie versuchen, dir Glauben zu machen, dass sich dieses kleine Horn, dass dieses kleine Horn ein Nachfolger von einer dieser vier Hörner ist, also aus dem griechischen Imperium heraus entstanden ist, aber was wir verstehen darunter ist, dass sich dieser Satz hier, out of one of them, bezieht sich auf diese vier Himmelsrichtungen, also dass das kleine Horn aus einer dieser vier Himmelsrichtungen kommen muss. Now there are two reasons for why we are correct. The first is that in chapter eight, verse eight, the last phrase in verse eight is the four winds, where it says they were divided toward the four winds of heaven. That's the last part of the verse. And then the first part of verse nine, where it says out of one of them, is that the them must be referring to the last thing that was mentioned, meaning the four winds, which we find in verse eight. Ja, und es gibt zwei gute Gründe, warum wir korrekt liegen damit. Und zwar in Vers acht haben wir gesehen, dass der letzte Teil des Satzes aussagt, dass es in die vier Himmelsgegenden zerstreut wurde. Und der Beginn des nächsten Verses heißt es dann, und aus einem derselben wuchs ein kleines Horn. Das heißt, das Wort einem, also und aus einem derselben bezieht sich jetzt auf die vier Winde. Und das ist der erste Grund. Der zweite Grund... Sorry, ich meine die vier Himmelsgegenden. Ich habe vier... I said four winds, not four directions. Doesn't matter, go on. Um, the second reason is to do with the genders. Now, in Hebrew, um, it's more complex than English, and plural entities have genders as well. This word here, them, is a feminine them. That's the symbol for feminine. Ja, und der zweite Grund, den wir aufbringen, ist, die hebräische Sprache ist wesentlich komplexer als die englische Sprache. Ähm, und sie haben auch für, ähm, für das Plural haben sie auch, ähm, weibliche oder männliche, ähm, Bezeichnung für die Wörter. Also dieses Wort them hier ist ein, ist ein weibliches them. Ja, und wenn man in der, in der Strong's Concordance nachschaut, dann sind diese vier Hörner, die Männlich Wohingegen die vier Himmelsrichtungen oder die vier Winde weiblich sind You won't actually find it in the Strong's Concordance because the Strong's Concordance basically is quite a basic so you need to buy a very expensive Concordance to verify that so out of one of them it's out of the female them which is the female four winds which as we said in two presentations ago refers to the four directions of the compass so it's out of one of the directions of the four winds that comes forth this little horn Ja, also dass dieses weibliche Wort them bezieht sich jetzt auf diese vier Himmelsrichtungen die auch ebenfalls weiblich sind und wie wir in zwei Präsentationen in zwei vorherigen Präsentationen gesehen haben beziehen sich diese vier Winde diese vier Himmelsrichtungen auf die vier Hörner die in diese Richtung zerstreut wurden So in Daniel 8, Vers 9 it says out of one of them out of one of the four winds comes forth a little horn and this little horn is Rome it's actually both faces of Rome both pagan Rome and papal Rome Und in Daniel 8, Vers 9 haben wir jetzt dieses kleine Horn das aus diesen vier aus einer dieser vier Himmelsrichtungen kommt und dieses kleine Horn ist Rom es ist Rom In seinen beiden Phasen einmal in der heidnischen einmal in der päpstlichen Phase And just to quickly give you this, the details, which we're not going to go into more today. But Daniel 8 verse 9 is pagan Rome because it's a male power. 8 verse 10 is papal Rome because it's a female power. 8 verse 11 is pagan Rome because it's a male power. And 8 verse 12 is papal Rome because it's a female power. Ja, und wir gehen da jetzt nicht näher drauf ein, aber ich möchte euch eine kurze Übersicht darüber geben, warum dieses kleine Horn beide Phasen Roms darstellt. Und zwar in Vers 9 sehen wir, dass das heidnische Rom hier, das Wort ist hier ein männliches Wort. Und hier in Vers 10 ist es weiblich, in Vers 11 ist es wieder männlich und in Vers 12 ist es wieder weiblich. Und wir wissen, dass eine Frau eine Gemeinde oder eine Kirche, eine religiöse Macht darstellt und eine maskuline, stellt immer eine staatliche Macht dar. Und das Wort hier in Vers 9, aus einem derselben wuchs ein kleines Horn. Also dieses Wort wuchs ist ein männliches Wort, eine männliche Handlung, die dort stattfindet. Now, we see, you know, in Vers 10, where it says it, this word it is not supposed to be the word it, it's supposed to be the word she. Ja, und das Wort, im Deutschen weiß ich gar nicht, was das steht. Vers 10, it works right. Ja, but in the German, it's totally different. Ja, und es, it's also sagt sie. Ja, okay. Ja, in Vers 10 steht hier, und es wagte sich bis an das Herr des Himmels. Und dieses Wort es im Englischen, it, soll eigentlich nicht it sein, sondern she, also sie. You see, you see in Vers 11, but it's no longer an it. In Vers 11, it's he again. Where it says, he magnifies himself in Vers 11. Ja, und in Vers 11 haben wir jetzt wieder einen Wechsel. Dort ist es nicht länger das Wort es, sondern es ist das Wort er. Und dort steht, Moment. No, in the German, it's also it. Ja, also im Deutschen steht auch es, aber im Englischen steht er. So, in the German, it's it, 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 it. But in the King James, in the English, it's it, it's he. And then verse 12 says his, but his is italicized and does not belong to the text. And it's actually female verbs, and it should be her. Ja, also im Englischen, in der King James Bibel, haben wir it, he, und dann haben wir ein Wort his. Was ist his? Him, actually. Oh, him, ja. Ja, und dieses Wort him ist ein hinzugefügtes Wort, was da eigentlich nicht, nicht, it doesn't belong there. Yes, it's, if you see the text, this word him in verse 12 is in italics, meaning it does not belong to the text. It was something that was artificially added by the translators. Ja, that's what I said. Also es wurde hinzugefügt bei den, bei den Übersetzern, von den Übersetzern, die das Wort einfach eingefügt haben und es gehört eigentlich dort nicht hin. Also es ist eigentlich weiblich. And later in the same verse, it no longer says him, it says it. So it gives the, it says it again in verse 12, where it says, and it cast down the truth to the ground. So it also uses it in verse 12. Also in verse 12, im späteren, also im letzten Teil des Verses, wird dann auch wieder das Wort it benutzt, welches she ist. So the, 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 the King James in, in the Hebrew, you basically have this alternating, um, phase of this little horn. You have this little horn, it does male actions and female actions. In verse 9, it does male actions. Verse 10, it does female actions. Verse 11, it does male actions. Verse 12, it does female actions. Ja, also Daniel 8, ähm, sehen wir halt, wie, wie diese zwei Phasen von Rom, ähm, wie es sich verändert, von Vers zu Vers. Ähm, hier beschreibt es eine Aktion, die durch das heidnische Rom durchgeführt wird. Ähm, in Vers 10, eine Aktion, die, die das päpstliche Rom, ähm, durchführt. Und in Vers 11, wieder das heidnische Rom und in Vers 12, wieder das päpstliche Rom. So, as it should read, it should read, he, she, he, she, but to make it not sound so strange, the translators used the word it in verse 10 and the word it in verse 12, where really in the Hebrew, if you were to translate it word for word, it would have really said she and not it. Ja, ähm, und es sollte eigentlich, ähm, heißen, oder wenn man es normalerweise lesen würde, würde im Hebräischen, würde dort stehen, er, sie, er, sie, aber weil sich das komisch anhören würde, haben die Übersetzer sich gedacht, ähm, wir nehmen lieber das Wort es. And in German, it's it, 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 it. Ja, und im Deutschen ist es einfach es, 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 es. Ähm, the reason, by the way, for why a male power, ähm, in, ähm, in, 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 in Bible prophecy, a male power refers to a state power, and a female power refers to a church power. Ich habe das schon wieder gedreht. In der biblischen Prophetie ist eine männliche Macht immer eine staatliche Macht und eine weibliche ist immer eine kirchliche oder religiöse Macht. Wir wissen, dass in der biblischen Prophetie eine Frau eine Kirche darstellt. Das finden wir z.B. in Jeremia 6, Vers 2 und 2. Chroniker. 2. Korinther, Vers 11, Vers 2. 11, Vers 2. Ja, 11, Vers 2. Ja, 11, Vers 2. Vers 3. Where Paul is espousing or marrying the Church to Christ. And it says that I may present you, meaning the Church, as a chaste virgin to Christ. And Jeremia 6, Vers 2. says that God is like I'm a daughter of Zion. And you'll find in Isaiah 51, Verse 16. That Zion represents God's people. Also zum Beispiel im 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2, sehen wir, dass Paulus über die Gemeinde spricht und wie diese Gemeinde mit Christus verheiratet werden soll. Und in Jeremiah 6, Vers 2 wird der heilige Berg Zion auch das Volk Gottes genannt. Also man kann sehen, dass die Gemeinde das Volk Gottes ist, welches mit Christus verheiratet werden soll. Was war das letzte Mal? In Isaiah 51. Es ist Isaiah 51, Vers 16, wo Zion ist Gottes Volk. Ja genau, und in Isaiah 51 sehen wir, dass Zion, also der Berg Zion, Gottes Volk repräsentiert. Anyway, und you'll see also in Ephesians 5, that the woman, in Ephesians, the last verses of Ephesians 5, that the relationship between Christ and the church is the same as between husband and wife. and so it will also have the church being compared to a woman. Ja, und in Ephesians 5, in den letzten Versen, sehen wir das auch, dass die, was die Bibel dort macht, ist, dort wird eine Ehe dargestellt zwischen einem Mann und einer Frau und das wird gleichgesetzt zu der spirituellen Ehe zwischen dem Menschen und Christus. So these female powers, these female actions in Daniel 8, Vers 10 and 8, Vers 12 refer to things done by papal rhyme, and these male powers are pagan rhyme. Ja, also sehen wir, dass in diesen Versen in Daniel die Aktionen, die durch das päpstliche Rom durchgeführt werden, weibliche Aktionen sich darauf beziehen, dass es eine religiöse Macht ist und die heidnischen eine männliche Aktion sind und sich auf das staatliche, beziehungsweise auf das heidnische Rom beziehen. In the Bible, as a trend you find throughout Scripture, those that rule on the throne basically generally are men, they are kings, they are male powers, they are state powers. Adam was the first man in Genesis and it says to him was given dominion or rulership. And so what it's supposed to rule, according to Romans 13, Vers 1-4, is the state. And so a state power is a male power in Bible prophecy. Also in der Bibel, in der Regel, sieht man immer einen Mann auf dem Thron oder als König über den Staat herrschen. Zum Beispiel auch Adam, er war der erste Mann und im Buch 1. Mose wurde ihm Herrschaft gegeben. Herrschaft über die Tiere, Herrschaft über die Erde sozusagen. Und so sehen wir, dass es ein Prinzip darstellt, dass ein Mann eine staatliche Macht darstellt. Ja, nur zur kurzen Erinnerung, also es war in der Geschichte von Tiberius Cäsar, in Daniel 11, Vers 21 und 22, dass der Prinz des Bundes oder der Fürst des Bundes, welcher Jesus Christus ist, gekreuzigt wurde. Ja, und in Daniel 8, Vers 11 finden wir dieselbe, genau dieselbe Wahrheit, genau dieselbe Geschichte, dass Jesus Christus in der Zeit oder durch das heidnische Rom gekreuzigt werden sollte. It says, he, the he is pagan Rome, the male power, he magnified himself even to the prince of the host. Is it verse 11, right? Verse 11. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und von ihm war das beständige Opfer aufgehoben und seine heilige Wohnung verwüstet. This refers to the fact that the prince of the host, Jesus Christ, was crucified by pagan Rome in A.D. 31. Ja, also wir sehen hier, der Fürst des Heeres, welcher Jesus Christus ist. In the German it says, it mentions also the sacrifice, the daily sacrifice. Yeah, yeah, I didn't read that part of the verse, I only read the first bit of the verse, because I don't want to talk about the daily in this presentation. Oh, okay. That's a future presentation. Okay, no problem, just repeat the sentence. Just the first, I'm just, um... Yeah, no, no, I got that, but I missed the connection. He magnifies himself against the prince of the host. The prince of the host is Jesus Christ, pagan Rome, crucifies Jesus Christ in A.D. 31. Ja, also, der Fürst des Heeres hier, welcher Jesus Christus ist, wurde hier in Vers 11, oder in Vers 11 spricht es darüber, welcher, oder es wurde auch darüber gesprochen, in where was the parallel, which verse to this one, because it doesn't say here, it just says that it's... Just a second, I have to read the English translation, magnified himself. Okay, magnified. Do you want to read my Bible? No, no, it's okay, I have the... Ja, also in Vers 11 sehen wir einfach, dass das heidnische Rom hier gegen den Fürst, gegen den Fürst des Bundes sich erhebt. He magnifies himself to the prince of the host, and I have compared this to Daniel 11, 22. Ja, that was the connection I was talking about. Daniel 11, 22, where it's the prince of the government that's killed by the same power, pagan Rome. Ja, also die, genau, das war nämlich die Verbindung, die ich gesucht hatte. Also in Daniel 8, Vers 11 sehen wir, dass er, das heidnische Rom, sich gegen den Fürst des Bundes auflehnt, und das ist eine Parallele gewesen zu Daniel 11, Vers 22, das wir zuvor gelesen haben, wo auch der Fürst des Bundes erwähnt wird. Okay, I just missed this connection here, I've totally forgot about it. So, what happens in Daniel 8, 11 is the same as 11, 22. Ja, und Schlussfolgerung ist dann, dass in Daniel 11, Vers 22, ist dieselbe Geschichte wie in Daniel 8, Vers 11. Now, the last part of Daniel 8, Vers 9, is to do with something that pagan Rome would do, this little horn, the male part of the little horn, which is pagan Rome. And it says, but it waxed exceeding great towards the south, the east, and the pleasant lands. Ja, und in Daniel 8, Vers 9 sehen wir, weil, das fing ja an mit Vers 9, das war die Handlung des heidnischen Roms, und dann in Vers 10 kam ja das päpstliche Rom. Das heißt, das hier wäre jetzt die letzte Handlung, die das heidnische Rom tut, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und dort steht, dass es gegen, ja, und aus einem derselben wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden, gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und wir sehen hier, dass der Süden Ägypten repräsentiert, der Osten Syrien und das herrliche Land Israel. Ich habe das noch nicht gesagt. Nein, du... Oh, okay, okay, sorry. Ich habe gesagt, das ist der Süden, der Süden, der Süden, der Süden. Ja, sorry. Und der Süden war gegen die Ägypten, und die Ägypten ist das Ptolemaische Kingdom, unter Ptolemy I, Sosa I, der war einer von Alexander's vier Generälen. It was this kingdom which dominated Egypt, or this is basically the king of the south in Daniel 11. And the east is the eastern division of Greece, which was taken over by Seleucus, the first Nikator, who founded the Seleucid Empire, which we can basically say Syria. So both of these were Greece, so this is how pagan Rome conquers Greece, which is also represented in the statue of Daniel 2. Okay, also der Feldzug des heidnischen Roms begann, wie ich eben schon erwähnt hatte, mit dem Süden, dem Osten, also mit dem Süden zuerst. Und der Süden repräsentiert durch Ägypten das Ptolemaische Imperium, welches regiert wurde durch Ptolemy I, Sota. Und danach... Nein, zuerst Syrien, dann Ägypten. Oh, 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 I've got the dates here. Okay, it's mentioned south, east and pleasant lands, but chronologically it was the east, then the pleasant land, then the south. Okay, okay, okay. Also zuerst wurde Syrien erobert und dann das herrliche Land und dann Ägypten. Genau, und Syrien wurde regiert durch... What was his name again? Seleucus, genau. Seleucus, der erste Nikator, genau. Yeah, this is... Ah, und beide gemeinsam stellten Griechenland dar. Also das ist sozusagen die Geschichte, wie Griechenland erobert wurde. Yeah, this is a... Sorry, that sentence was a little bit long for me. This is Ptolemy I, Sota I. As in a... It came from this general. It was founded by that general. And this was founded by... Seleucus... The first Nikator. These were two of the... Of Alexander's four generals. He became the king of the south. And he became the king of the north. Yeah, also wie bereits erwähnt, Ägypten repräsentiert durch Ptolemy, den ersten Sota, welcher der König des Südens ist. Und der Osten, welcher repräsentiert wird durch Seleucus, den ersten Nikator, welcher der König des Nordens wurde. Ja, also zur Zeit, als das heidnische Rom diese Königreiche eroberte, waren nicht diese beiden Könige, herrschten diese beiden Könige nicht mehr. Zwar einige Generationen später. The theme in Daniel 2, and in Daniel 7, and in Daniel 8, is how pagan Rome conquers Greece. That's a part of the prophecy. Ja, und ein Teil der Prophetien in Daniel 2, 7 und 8, ist wie das römische, oder wie das heidnische Rom Griechenland erobert. And here we have that the southern part of Greece, Egypt, and the northern, or the eastern part of Greece, Syria. Both parts of Greece are conquered by pagan Rome, this little horn in Daniel 8, verse 9. And Egypt was conquered in 31 BC, and the Seleucid Empire in 64 BC. Ja, und dasselbe sehen wir hier in Daniel 8, repräsentiert durch Ägypten, der südliche Teil Griechenlands, und der östliche Teil Griechenlands, Syrien, diese beiden Königreiche, die beide zusammen Griechenland darstellten, wie das heidnische Rom Griechenland eroberte. Ja, so pagan Rome magnifies himself towards the south, the east, and the pleasant lands, which is Egypt, Syria, and Israel. And this was where Egypt was conquered in 31 BC, Syria in 64 BC, and Israel in 63 BC. Ja, und das Römische Reich kamen gegen diese drei auf, gegen den Süden, gegen den Osten, gegen das herrliche Land, Ägypten, Syrien, und Israel. Ähm, zuerst wurde, ähm, das, ähm, wurde Syrien im Jahre 64 vor Christus erobert, ähm, und dann wurde, ähm, das herrliche Land im Jahre 63 vor Christus erobert, ähm, und zuletzt Ägypten im Jahre 31 vor Christus. So now we have, ähm, ähm, that when we get to this state here, 31 BC, Greece has now fully been conquered. Ja, und wenn wir, wenn wir zu dem Datum 31 vor Christus, wenn wir dort ankommen, dann, ähm, markiert das den Punkt, wo Griechenland vollständig erobert wurde. So therefore we can mark that in Daniel 11, 16, is the beginning of the end of Greece, and in Daniel 8, verse 9, it's the end of the end of Greece. Ja, also, da, so können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass in Daniel 11, 16, der Beginn der Eroberung Griechenlands, ähm, das das dargestellt wird, und in Daniel 8, 9, das Ende, ähm, das Ende von Griechenland darstellt. So, it's on the 22nd of June, 168 BC, that you had the battle of Pydna, ähm, which is referred to in Daniel 11, 16, this is the beginning of the end of Greece, and this is where pagan Rome becomes the king of the north. Also, am 22. Juni 18, äh, 1868 vor Christus, äh, bei der Schlacht um Pydna, welches die Geschichte in Daniel 11, 16 ist, sehen wir, dass das der Anfang, ähm, des Endes von Griechenland darstellt, und gleichzeitig auch den Beginn, ähm, wo das heidnische Rom jetzt der König des Nordens wird. Und dann, on the 2nd of September, 31 BC, we have the battle of Actium, ähm, which is, ähm, when the south is conquered in Daniel 8, verse 9, and it's also the battle, that's mentioned in Daniel 11, verse 25, this is the end of the end of Greece, and this is where pagan Rome becomes the king of the world. Ja, und am 2. September, 31 v. Chr., bei der Schlacht um Actium, in Daniel 8, Vers 9, oder in Daniel 11, Vers 25, ähm, sehen wir, wie der Süden, Ägypten, erobert wurde, durch das heidnische Rom, und das markiert den Punkt, wo das griechische Reich aufhört zu existieren, und das heidnische Rom wird jetzt zum König der Welt. Will you quickly go to Daniel 11, verse 25? Ja, einmal, ähm, wir gehen jetzt einmal zu Daniel 11, verse 25. It says, And he shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army. And the king of the south shall be stirred up to battle with a very great and mighty army. But he shall not stand, for they shall forecast devices against him. Ja, und im Deutschen steht hier, Dann wird seine Kraft und sein Mut gegen den südlichen König entbrennen, mit großer Heeresmacht. Der südliche König aber wird sich gleichfalls mit großer und sehr zahlreicher Heeresmacht zum Kriege rüsten, aber doch nicht standhalten, weil Anschläge gegen ihn gemacht werden. So, this he, this is the he, number one, in verse 25, where it says, He shall stir up his power and his courage against the king of the south. This he is the king of the north, which is pagan Rome. Ja, und das Wort er, hier in Kapitel 11, Vers 25, ist der König des Nordens, das heidnische Rom. And the king of the south is Egypt, or the tolmaic kingdom. Ja, und der König des Südens ist Ägypten, oder auch das tolmaicische Königreich. So, this is, 11, 25, is talking about this same history, where the king of the north, pagan Rome, is now fighting against the king of the south to stamp it out and to destroy Egypt. Ja, also Daniel 11, Vers 25, ist dieselbe Geschichte wie Daniel 8, Vers 9, und es ist die Geschichte, wo das heidnische Rom jetzt gegen Ägypten kommt und es zerstören will, um die Weltherrschaft zu bekommen. And the verse goes, that the king of the south, which is the tolmaic kingdom, it shall be stirred up to battle with a very great and mighty army. But he, that's the king of the south, shall not stand, for they, meaning the king of the north, shall forecast devices against him, the king of the south. Ja, also, in Daniel 11, Vers 25 lesen wir, dass der König des Südens jetzt angestachelt wird, um Krieg zu führen, und er wird mit einer riesigen Heeresmacht kommen, doch der König des Nordens wird Anschläge gegen ihn machen, oder, ja, Anschläge gegen ihn machen. Also, in Daniel 11, Vers 25 finden wir genau diese Geschichte, die Schlacht um Actium, welche 31 vor Christus stattfand. Ja, und der letzte Teil dieses Verses, wo es heißt, dass sie Anschläge gegen ihn machen werden, wir finden mehr Informationen darüber im Vers zuvor, in Vers 24. Ja, also, der letzte Teil von Vers 25, wo wir diese Anschläge sehen, die dort gemacht werden gegen den König des Südens. Wenn wir jetzt zum letzten Teil von Vers 24 gehen, dann lesen wir, just a second. Und gegen die Festung wird er Pläne schmieden, und solches wird eine Zeit lang dauern. In the German translation, translation is very poor. Beute, Raub und Reichtum wird er unter sie verschleudern, und gegen die Festung wird er Pläne schmieden, und solches wird eine Zeit lang dauern. So, show me the English, ja. In English, he shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. He shall forecast his devices, I just have to look what... Well, maybe if I explain it, and then you can translate properly. Ja. Because, well, firstly, this he is the king of the north, still, which is pagan Rome. Ja, also, das R bezieht sich immer noch auf das heidnische Rom. Ja, also, wie schon gesagt, das R bezieht sich auf das heidnische Rom, und er wird Pläne schmieden, oder beziehungsweise Prognosen anstellen. Forecast his devices, like basically to plan his... Ja, ja, also, genau, er schmiedete Pläne, wie er jetzt den König des Südens zerstören kann. And it says that pagan Rome will be doing this dreadful work against the strongholds, even for a time. Ja, und weiter heißt es, dass das heidnische Rom das gegen die Festungen machen, oder gegen die Festungen Ägyptens tun wird, und es wird eine Zeit lang dauern. Okay, also, nicht gegen, also, das Wort heißt nicht gegen den König des Südens, also, nicht gegen Ägypten, sondern, das ist das Wort... Ah, man, das ist... I have no idea how to translate that. Just a second. I have no idea how to translate that, Lorenz. Ja, ja, aber im Kontext, im Kontext jetzt, was das bedeutet, was er gemacht hat. These, these strongholds are not the strongholds of Egypt, these are the strongholds of pagan Rome, and pagan Rome is basically on top of his strongholds and, 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 and... Okay, 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 no, 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 I understand. Okay, also, das heidnische Rom plant, sozusagen, die Zerstörung von Ägypten durch oder in den Festungen, die das heidnische Rom hier besaß zu der Zeit. Hey, you don't need to... You will have... This is a, that's supposed to be a council, a tour, right? Tower. Um, this is, these are, um, the strongholds. And, um, pagan Rome, above the strongholds, is, um, forecasting his devices even for a time, so he's, he's planning his war battles from, over, above his own castles. Yeah, also, das heidnische Rom, welches, ähm, diese Festungen besaß zu der Zeit, hat über diese Festungen, oder in diesen Festungen, diese Pläne geschmiedet, wie, wie Ägypten jetzt, ähm, zerstört werden. Ja, ähm, und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wissen wollen, was, was eine Zeit, ähm, in der Bibel darstellt, dann sehen wir zum Beispiel im Psalm 31, Vers 10, dass, ähm... It's 11 and 16 in German. Oh, okay, ähm, es ist Vers 11 und 16, und what was in verse 10? 11? If we go very quickly, ähm... Ja, lesen wir das kurz. This is just one example where times and years... Psalm 31, in verse 10, it says, For my life is spent with grief, and my years with sighing. And in verse 15, it says, My times are in thy hands. And, ähm, it's poetry, and basically these times in verse 15 are the same as years in verse 10. Ja, im Deutschen, ähm, werden, wird das gar nicht erwähnt, da steht was völlig anderes, aber, ähm, im Englischen, ähm, in Vers 10, oder im Deutschen, in Vers 11, steht hier and my years, also seine Jahre, ähm, und in Vers 15, wird, ähm, sagt er, My times are in thy hand, also dieses Wort times, oder Zeit, bezieht sich auf das Wort years. Oder Jahre. And, ähm, you, you can find confirmation of this in the Strong's Concordance in different, ähm, in a different parts of the Strong's Concordance. So, for, for example, in, in Daniel 7, this, this word time, um, to give another example, in Daniel 7, 25, it talks about how the papacy will rule for a time, times, and half a time. And then if you see in the Strong's Concordance, the word times there, is, um, it means years. It directly says it's in the Strong's Concordance. And, but this prophecy, a time, times, and half a time, is the same as in Daniel 12, verse 7, where it also says a time, times, and half a time. And that time is not the same word, but it's the same word as this word. And when you compare Daniel 12, verse 7 with Daniel 7, 25, and the Strong's Concordance, the 7, 25 time, then it there says that a time is a year. So, you really want me to translate now all that? Okay, no, 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 okay, in, in, ähm, Daniel 12, 7, 25. Yeah, also in Daniel 7, 25, heißt es zum Beispiel, dass, ähm, das Papsttum, ähm, eine Zeit, zwei Zeiten, ähm, eine halbe Zeit, ähm, ja, und eine halbe Zeit, ähm, regieren soll. Ne, stimmt gar nicht. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also dreieinhalb Zeiten. Ähm, und wenn man das hebräische Wort dort nachschlägt, ähm, dann, äh, wird man feststellen, dass es, ähm, sich auf Jahre bezieht. Und wir wissen ja auch, dass das Papsttum für 1260 Jahre regiert hat. Ähm, und das, die Parallele dazu, ähm, The parallel to Daniel 7, 25 is Daniel 12, 7. Ja, und dasselbe finden wir auch in Daniel 12, Vers 7, wo auch das Papsttum auch gesagt wird, dass es für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, äh, regieren wird. Und das ist, ist die Parallele dazu, es ist dieselbe Zeit. Und, but in Daniel 7, 25, you'll find that this time is a year, but in Daniel 12, verse 7, you won't find this in the Strong's Concordance, because it's a different word for the word time in Daniel 12, 7. Ähm, in Daniel 12, you'll find that it's, it's a year. In Daniel 7, I think, I've, this is from memory, in Daniel 7, 25, a time is a year, ähm, but in Daniel 12, verse 7, it's a different word for the word time. Ja, also in Daniel 7, 25, wird dieses Wort, ähm, time als Jahre übersetzt, aber in Daniel 7, verse 7, right? 12, 7. Ja, äh, ach genau, okay. Und in Daniel 12, Vers 7, dort wird ein Andruckswort dafür verwendet. Ja, und das, ähm, das, ähm, das Wort, was dort benutzt wird, ist dasselbe Wort wie dieses Wort hier, was benutzt wird für time. Ja, und es gibt noch andere Wege zu zeigen, dass eine Zeit ein Jahr darstellt. Und ein Jahr ist zwölf Monate. Und zwölf Monate, well, äh, ein Monat ist 30 Tage. Und ein Monat sind 30 Tage. We can find this in Genesis 7, verses 11, 24, and Genesis 8, verses 3 and 4. Ja, und das finden wir, oder sehen wir in 1. Mose 7, Vers 11, 24, und 1. Mose 8, 3 bis 4. If you want to go very quickly. Und, ähm, wir lesen das kurz. In Genesis 7, verse 11, this is to do with when the great flood was upon the earth. Ja. And in Genesis 7, verse 11, it says that the flood began on the 17th day of the second month. Yeah, und in 1. Mose, Kapitel 7, Vers 11, dort, ähm, geht es um die Flut. Und, ähm, dort, äh, steht jetzt, oder, das, das markiert den Beginn der Flut. Und die Flut begann, äh, am, am 17. Tag, ähm, des zweiten Monats. Und, ähm, in chapter 8, verse 4, you find when the, when the ark rests. And the ark rests on the 17th day of the seventh month. In Genesis 8, verse 4. Ja, und in Daniel 8, ähm, Vers 4, sehen wir jetzt, ähm, nach der, oder während der Flut, als die Arche, ähm, auf dem Berg Ararat sich niederließ. Und, ähm, das fand statt am 17. Tag des siebten Monats. So, ähm, between the 17th day of the second month, in Genesis 7, 11, and the 17th day of the seventh month, in Genesis 8, verse 4, you have exactly five months to the day. Ja, und, ähm, zwischen 1. Mose 7, Vers 11, wo wir sehen, dass die, dass die Flut kam, am 17. Tag des zweiten Monats, und, äh, zwischen 1. Mose 8, 3 bis 4, wo, ähm, die Arche sich jetzt niederließ, auf dem Berg Ararat, ähm, welches der 17. Tag des siebten Monats gewesen ist, liegen genau fünf Monate. And in Genesis 7, verse 24, this is equated with precisely 150 days, which is also in 8, verse 3, 150 days. Ja, und, ähm, als, oder, wo man das auch noch sehen kann, als zweiten Zeugen, in Vers 24, wird auch dieser Zeitabschnitt, äh, als 150 Jahre, ähm, bezeichnet, oder dort stehen, dass es 150 Jahre sind. So, if five months, äh, Tage, Entschuldigung, Tage. If five months is 150 days, then therefore you can see about one month is 30 days. Ja, und schlussfolgernd, wenn wir sehen, oder wenn wir verstehen, dass 150 Tage jetzt fünf Monate darstellen, dann, ähm, folglich sind, dann, äh, ist dann ein Monat 30 Tage. So, by the way, a biblical year, prior to the flood, the earth was different. And you actually had 360 days per year, and after the flood, the world was messed up, and now it's 365 days in a quarter. Also, ein Jahr sind zwölf Monate, ähm, und vor der Flut war die Erde, ähm, anders. Da war ein Jahr, oder, ein Jahr ging 360 Tage, aber nach der Flut, ähm, weil die Erde dadurch, ja, how does it actually happen, was the... How does it happen? Well, the Earth turned on in Axis, we got north and south poles, we didn't have that before. Antarctica was a beautiful place, so they found leaves in, they found forests in Antarctica. Also, um es kurz zu fassen, ähm, vor der Flut, wissen wir ja, war die Erde, ähm, komplett anders. Alles war mit, ähm, Pflanzen bedeckt und so weiter, es gab keine Meere. Ähm, nach der Flut wurde die Erde sozusagen aus ihrer Bahn, ähm, geworfen, also die Achs hat sich verändert, und wir haben jetzt Nord- und Südpol, ähm, und dadurch haben sich die, hat sich die Zeit, oder die, ähm, haben sich die Tage eines Jahres verändert, auf 365 verlängert. Und wenn Gott made the world, he made a perfect world, and he had 30 days in every month, and 12 months, and 360 days in the year. Ja, als Gott die Erde erschaffen hat, war die Erde perfekt, und, ähm, der Zeitzyklus war, wir hatten 360 Tage in einem Jahr und zwölf Monate. Oder zwölf Monate. Twelve times 30 is 360. Ja. So a year is 360 days in a, in a prophetic sense of a year. Ja, und ein Jahr 360 Tage im prophetischen, ähm, im prophetischen Sinne. So, however, also in Bible prophecy, a day is a year, and you can find this in Numbers 14, 34, and in Ezekiel 4, verse 6, where it says, I have appointed thee each day for a year. Ja, und, ähm, wir finden auch in der Bibel, dass ein Tag ein Jahr ist, und das finden wir in 4. Mose 14, Vers 34, und in Ezekiel 4, Vers 6, wo es heißt, ich habe dir, ähm, ein Tag für ein Jahr gegeben. Ja, also wenn wir sehen, dass eine Zeit ein Jahr ist, und ein Jahr 360 Tage, und, ähm, ja, deshalb ist ein Jahr ein Jahr, was 360 Tage darstellt, ähm, mit dem Prinzip, dass ein Tag ein Jahr ist, 360 Jahre. So, in Daniel 11, 24, it says, a pagan Rome shall be forecasting his devices, plotting his conquests, against, which actually means above, above his strongholds, even for a time, and the time means for 360 years. Pagan Rome will do this for 360 years. Ja, also, ähm, was wir hier gelesen haben, in Daniel 11, Vers 24, dass das heidnische Rom jetzt, ähm, diese Pläne schmiedete, um Ägypten zu schlagen, durch diese Festungen, die es, ähm, oder durch, durch seine Schlösser und Festungen, und, ähm, dass es das für eine Zeit tun wird, und diese Zeit sind 360 Jahre. Also es stellt, ähm, diese 360 Jahre dar, die das heidnische Rom jetzt Pläne schmiedet, und, so, ähm, ähm, if we begin this prophecy, when Greece was finally overturned in 31 BC, which was the battle of Actium, which took place in Daniel 11, verse 25, then we begin these 360 years on the 2nd of September, 31 BC. Ja, wenn wir jetzt, ähm, Daniel 11, Vers 24, ähm, beginnen, am 2. September, 31 vor Christus, als, ähm, Rom jetzt, Griechenland komplett erobert hatte, als es Ägypten letztendlich geschlagen hatte in der Schlacht von Actium, ähm, sehen wir, dass diese 360 Jahre jetzt hier beginnen. So, this, this date here begins with 360 years, and 360 years later will take you to A.D. 330. Ja, und wenn wir jetzt am 2. September, 31 vor Christus, diese 360 Jahre beginnen, dann bringt uns das zum 11. Mai, 330 nach Christus. And there was something very important, that happened in A.D. 330 to the kingdom of pagan Rome. Ja, und, ähm, dieses Datum hier ist ein sehr wichtiges Datum für das heidnische Rom, dort passiert etwas Wichtiges. On the 11th of May, the city of Constantinople, was dedicated. Ja, ähm, dedicated means it became the capital land. Like it's officially opened. Oh, okay. Am 11. Mai, 330 nach Christus, wurde offiziell die Stadt Konstantinople eingeweiht. Ja, so Konstantin decided to move the seat of, basically to move the capital of Rome. So the capital of pagan Rome was the city of Rome in Italy. and then in A.D. 330 and then in A.D. 330 Konstantin decided to move the capital to Constantinople, which today is Istanbul. Yeah, also was der Kaiser Konstantin gemacht hat, ist, er hat den ursprünglichen Hauptsitz des römischen Imperiums, welcher ja vorher in Rom war, im Jahre 330, am 11. Mai, hat er den Hauptsitz von Rom nach Konstantinople verlegt und hat Konstantinople wurde dann die Hauptstadt des römischen Imperiums. And this state here basically marks when Rome began to divide into its eastern and western divisions. Ja, und dieses Datum markiert auch dann gleichzeitig den Punkt, als das römische Imperium sich in diese zwei Teile aufspaltet, einmal Westrom und einmal Ostrom. Can you give me the border rubber? Ja. Oh, sorry. Let's see, illustrate something quickly. If we imagine here a seat, which is a throne, this is a seat looking at it sideways. Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das hier ein Thron darstellt, give me that, I'm gonna draw a throne for you. Does it need to be from the side? Yeah, yeah. Oh, it doesn't matter. Anyway, so anyway, here you have your throne and the throne is the same as a seat which is the same as a crown. You can see, the crown always comes with the throne. Ja, und wenn das jetzt, also das soll jetzt ein Thron darstellen und ein Thron wird auch seat oder sitz genannt und hängt immer zusammen mit der Krone. Now, in AD 340 the Roman Emperor Konstantin left his throne and to establish a new throne in Konstantinopel. Ja, also im Jahr 330 am 11. Mai hat der Kaiser Konstantin sein Thron in Rom verlassen um einen neuen Thron aufzurichten in Konstantinopel und hat den Thron zurückgelassen. So, here is Konstantin he left and who came who decided to basically step in onto the throne in place of Konstantin. Is that a question? That's a rhetorical question which you can now translate. Ja, also die Frage ist eine rhetorische Frage wer jetzt wenn Konstantin seinen Thron verlassen hat wer hat jetzt diesen Thron eingenommen stattdessen? The answer is the papacy. Ja, und die Antwort ist das Papsttum. You can read this in Revelation 13 verse 2. Ja, und das können wir lesen in Offenbarung 13 Vers 2. Revelation 13 verse 2 or let's everybody tell them Ja, und das lesen wir jetzt kurz. It says And the beast which I saw was like unto a leopard and his feet were as the feet of a bear and his mouth as the mouth of a lion and the dragon gave him his power his seat and great authority. Ja, und wir lesen hier Ja, und das Tier das ich sah war einem Panther gleich und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwen Rachen und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Let me just create some space for this bit So now this would be this would be a different study all than itself but it can be shown that this beast here which is like unto a leopard is the papacy Ja, und das wäre jetzt ein Studium für sich aber man kann aufzeigen dass Offmauern 13.1 und 2 dieses Tier was dort aus diesem Meer kommt das Papsttum darstellt. And this is confirmed for us by LNG White in the great controversy in two different places I'll give you the references in the great controversy 439 paragraph 1 and also in 578 paragraph 3 where you will find divine inspired confirmation that this beast here is the papacy and 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 I give and it also talks about the dragon and the dragon the dragon in a primary sense is satan and we know this from revelation 12 verse 9 and revelation 20 verse 2 so you can find that's in revelation 12 and 22 but the dragon is not just satan but it's also the power that satan uses and in the great controversy page page 438 paragraph 2 you'll there find that Ellen White confirms for us that this dragon is in a secondary sense pagan Rome through which satan worked and in großen kam seite 438 paragraph 2 schreibt Ellen White über diesen drachen dass dieser drache auch das heidnische Rom darstellt durch welches satan wirken konnte yeah so we're going to say we're going to call it we're going to say constantine for the sake of this argument it was the dragon or pagan Rome but gave three things to the papacy it says that he gave him his power his seat and his great authority three things that were given to the papacy great authority the seat as we're just discussing was given to the papacy by constantine in ad 330 power was given to the papacy by clover the first king of france and france is one of the ten divisions from pagan rome clodis was the first one to give the papacy his army in 496 ad and this great authority was given to the papacy by justinian the emperor of pagan rome where justinian here in ad 533 makes the pope to be the corrector of heretics you'll notice by the way that the dragon gives him his power and his seat but great authority was not his to give also und so nebenbei bemerkt er gibt ihm seine macht seine armeen und er gibt ihm seinen sitz seinen thron hier aber die große autorität das war nicht nicht ähm it was not his to give ja ähm i tried to find the words ähm es ist wie übersetze ich das ähm es war eigentlich nicht seine er war eigentlich nicht in der Lage ihm das zu geben also es war nicht rechtens dass er ihm das gegeben hat ähm die power belonged to pagan Rome that Clovis gave to him in AD 4 96 the seat belongs to pagan Rome which Constantine gave to him in AD 330 but when when Emperor Justinian made the Pope the corrector of heretics this was a religious authority conferred on the papacy which was not his which did not belong to pagan Rome to give in the first place pagan Rome or the emperor Justinian had no right to make the papacy the correct of heretics ja also im Jahr 496 haben wir gesehen wurden die Armeen dem Papst gegeben und der Sitz wurde ihm 330 gegeben aber die große Autorität die Justinian dem Papst gegeben hat das war nichts was das heidnische Rom ihm gegeben hat sondern es war eine religiöse Macht die er dort bekommen hat und es war nicht das Recht Justinians dem Papst diese Macht zu geben ihn als unfehlbar zu erklären so on the 11th of May AD 330 at the dedication of Constantinople this marks when the papacy takes over the throne am 11 Mai 330 wo nach Christus wo jetzt Konstantinople eingeweiht wurde markiert jetzt den Punkt wo dieser Thron dem Papst gegeben wurde So, it's now at this date that the papacy becomes the king of the north. So, to conclude. Ja, um jetzt nochmal alles zusammenzufassen. So, to conclude, it was on the 22. Juni, 168 B.C., at the Battle of Pidna, by pagan Rome, the king of the north. Ja, um nochmal alles zu wiederholen. Am 22. Juni, im Jahre 168 v. Chr., bei der Schlacht um Pidna, welches die Geschichte in Daniel 11, Vers 16 ist, wurde das heidnische Rom zum König des Nordens. Ja, und am 2. September 31 v. Chr., bei der Schlacht um Actium, welches Daniel 8, Vers 9 und Daniel 11, Vers 25 ist, wurde das heidnische Rom zum König der Welt. Ja, und dadurch, dass sie jetzt zum König der Welt wurden und diese Macht besaßen, das erlaubte ihnen jetzt, dass sie für 360 Jahre eine Zeit in Daniel 11, Vers 24 regieren konnten. Und in AD 330, when pagan Rome leaves his seat vacant, the papacy just comes on and gets on the seat right there, as recorded in Revelation 13, Vers 2. Ja, und an diesem Datum dann, 330 n. Chr., wo der Papst dann den Thron in Rom besteigt, wie wir gesehen haben, in Offenbarung 13, Vers 2, das marks the point where he becomes the king of the north. Ja, und an diesem Zeitpunkt wird der Papst dann zum König des Nordens. Ja, und mit Gottes Hilfe werden wir in der nächsten Präsentation dann darüber sprechen, wie das Papsttum der König des Nordens wurde und wie das Heidentum hinweggenommen wurde. Gott möge euch segnen und wir werden euch wiedersehen in der nächsten Präsentation.